Nur 6.000 Euro für den Mercedes? Gibt es da einen Haken? Ja, der Wagen hat an der Seite eine kleine Schramme. Ist aber nicht weiter schlimm. Hast du davon vielleicht ein Bild? Kannst du dir nach dem Kauf anschauen? Ist wirklich nur minimal. Das möchte ich schon gerne vor dem Kauf bewerten. Wirkt mir auch ein bisschen komisch mit dem niedrigen Preis. Na gut, wenn es sein muss. Das ist doch keine kleine Schramme. Jetzt verstehe ich auch den Preis. Ach, entspann dich mal. Geh da einfach ein bisschen mit einem feuchten Lappen rüber und gut ist. Das wird doch nicht reichen. Wie ist das überhaupt zustande gekommen? Irgend so ein Vogel ist mir im Parkhaus da reingefahren. Ah ja? Merkwürdig. Wie lange hast du den Wagen schon? Seit drei Jahren. Aber ist doch egal. Verstehe. Hast du noch ein Bild von hinten vom Auto? Jetzt reicht es aber mit den ganzen Bildern. Wofür brauchst du die überhaupt? Warst du letztes Jahr mal im *** in Düsseldorf? Kann sein. Wieso? Bist du da zufällig in einen schwarzen BMW reingefahren? Im Parkhaus? Ich weiß nicht, wovon du redest. Sowas lasse ich mir hier aber auch nicht unterstellen. Die Stelle vom Schaden stimmt genau mit der auf dem Überwachungsvideo überein. Und das Auto ist genau dasselbe. Es gibt in Deutschland hunderte E-Klassen. Und haben die auch so einen Schaden genau an der Stelle? An welche Adresse darf ich die Rechnung IHV 7000 Euro senden? 7000 Euro? Das war doch nur hinten am Kofferraum leicht. Woher weißt du das, wenn du es doch nicht gewesen bist? Hab geraten, du Fischkopp. Die Beweise gehen morgen zur Polizei. Die kommen dann dein Auto kontrollieren. Wie sollen die vorbeikommen? Du hast nicht mal mein Adresse, lol. Dann guck dir das Bild von vorhin nochmal an. D.O. Darüber lässt sich der Fahrzeughalter ermitteln. Okay, okay. Du hast mich überführt. Ich bin Student und hatte damals kein Geld. Aber bitte keine Polizei. Wenn du mir die Rechnung zahlst. Vergessen wir das Ganze. Kann ich auch mit Klarna zahlen? Scheiße, trout, oder? Passant uns noch das dann! Ich zieisiileri utter. Untertitelung des ZDF, 2020